so hallo hier ist wieder euer player bis hard and soul heute spielen wir eine runde 490 auf dem sega megadrive so wir spielen als er was nehmen wir wir nehmen die anaheim aidax gegen die los angeles kings lassen bei zehn minuten mal und hoffen dass wir gewinnen eine wunderschöne grafik und der sound wunderbar so und schuss nein was das erste gegend geblockt man muss vorsichtig schauen dass man nicht mit dem tor hier zu weit raus wird heißen heißen ja vom gegner goalie hält die zuschauer gehen voll mit die spieler legen sich aufs eis doch über das glas und wieder diese wunderbar Musik zur Anfeuerung gut 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 kein verteidiger habt ihr diesen track gesehen ein gegentor naja ich finde ja das alte enerheim logo viel schöner als das aktuelle was wir jetzt haben wo alleingang alleingang fast und ach kein rebound und eine Minute noch zu spielen und damit haben wir das erste drittel beendet wir liegen 1 zu 0 im rückstand und jetzt müssen wir nach unten spielen oh wieder so ein trick über die spieler bank und 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 Der Puck will nicht ins Tor. Ach, das 2 zu 0. Der Puck will nicht ins Tor. 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 Mein Eigentor. Der Puck will nicht ins Tor. 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 Auch noch ein Hatrick. 3-2 und 3-2 von Sandstorm. So, fast noch 5 Minuten. Um einen weiteren Treffer zu erzielen und den Ausgleich noch zu machen. Oh, das wird nichts mehr. Oh, Goal von Gretzky damals hat er noch gespielt, die Legende, wer kennt sie nicht? Die Eishockey-Fans bestimmt. So, jetzt kommt die Eishockey-Fans. so zwei minuten 30 noch nicht in echt weil wir auf schneller spielen schneid den puck hinterher und werden gefault ach dieses puck geräusch ist auch geil oder so schaffen wir noch einen treffer wenigstens ja sehr schön ein schuss noch und der reinging würde schön aber wird nichts mehr so damit haben wir 4 zu 3 verloren ich bedanke mich fürs zuschauen euer player bis hart und soll wir sehen uns beim nächsten video wieder hoffentlich und sage tschüss